Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Microsoft Flight Simulator 2020. Seit gestern hat das langersehnte Warten endlich ein Ende und Aerosoft hat endlich ihr neues Flugzeug-Add-On veröffentlicht, und zwar das Add-On Aerosoft Aircraft CJ550-700. Ja, lange habe ich jetzt mich drauf gefreut, lange habe ich gewartet, dass es endlich rauskommt, das Add-On. Und ja, gestern war es endlich soweit, Aerosoft hat dieses Add-On hier für den Microsoft Flight Simulator 2020 endlich veröffentlicht und wir werden heute das erste Mal hier im Microsoft Flight Simulator 2020 mit dem Flugzeug aus dem Add-On unterwegs sein, und zwar dem CJ700. In dem Add-On ist neben dem CJ700 noch der CJ550, wie der Titel auch schon sagt, noch enthalten. Und an der Stelle auch erst nochmal vielen, vielen Dank an Aerosoft, die mir hier ein Exemplar von diesem Add-On für den Microsoft Flight Simulator 2020 hier für meine Videos zur Verfügung gestellt haben. So, bevor wir jetzt aber gleich zu dem heutigen Flug kommen, möchte ich an der Stelle nochmal kurz zwei andere Sachen ansprechen, und zwar einmal das Thema Charts. Die von euch, die jetzt meinen letzten Livestream gesehen haben, und zwar den Flug von Köln nach Salzburg, da habe ich das schon mal gemacht, das, was ich jetzt mit den Charts mache, und zwar blende ich euch ab jetzt immer die Charts, wenn wir über die Charts sprechen, hier im Video ein. Bisher hatte ich es ja immer so gemacht, dass ich nebenbei auf meinem Tablet die Charts offen hatte und euch dann möglichst gut erklärt habe, was man auf den Charts sieht, und wir dann damit halt die Abflüge und Anflüge so besprochen haben. Aber jetzt habe ich es mir mal so überlegt, guckt, wie ich das am besten umsetzen kann, und eine sehr gute Variante gefunden, wie ich das umsetzen kann, um euch die Charts jetzt hier, genau, immer im Video zu zeigen, während wir dann auch darüber sprechen, einen Abflug und einen Anflugbriefing dann machen. Genau, das wird dann immer ungefähr so aussehen. Ich kann es euch mal kurz beispielhaft zeigen. Die NavData Pro Charts verwende ich dann hier, dann seht ihr die hier im Video eingeblendet, und dann, genau, können wir dann hier alles auswählen, und dann könnt ihr genau alles sehen, was ich dann hier, genau, mir auf den Charts angucke, was wir uns da angucken, und ich kann es euch dann ganz genau so zeigen und erklären. Soviel zu dem einen Thema, und dann habe ich noch ein anderes Replay-Tool jetzt hier zur Verfügung, und zwar Flight Control Replay, was mir auch von dem Entwickler zur Verfügung gestellt wurde. Dafür an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an den Entwickler. Und ich verwende hier noch FS Playground, und ich werde jetzt mal das eine Mal das andere Replay-Tool nutzen, da ich mich noch nicht ganz dazu entscheiden konnte, genau, welches ich jetzt in Zukunft immer verwenden möchte, da eigentlich beide recht gut sind. Ich jetzt aber erstmal so einen kleinen Langzeit-Test, den ich jetzt noch machen möchte, um so zu vergleichen, wie gut welches läuft und mit welchem ich so im Allgemeinen zufriedener bin. So, dann kommen wir jetzt aber mal zum heutigen Flug. Wir sind, wie gesagt, unterwegs mit einem Bombardier CJ700. Der ist für den heutigen Flug von Lufthansa, und mit dem stehen wir hier mal nicht so ganz normal auf einem Hauptvorfeld von dem Flughafen, sondern hier vor den Technikhallen von Lufthansa am Flughafen von Hamburg. Der Flieger wurde nämlich sozusagen hier die letzten Tage gewartet, und wir fliegen den jetzt als Ferry-Flug, also komplett leer, ohne Passagiere, ohne Cargo, zu einem anderen Flughafen, wo der als nächstes seinen nächsten Einsatz hat. Und zwar fliegen wir zum Flughafen Kiew, von wo aus dann der Flieger genau seinen nächsten Linienflug hat. Wir fliegen, wie gesagt, komplett Ferry, komplett leer, nur die Piloten sind für den heutigen Flug hier an Bord. Der Flieger ist noch im Cold & Dark State, und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein ins Cockpit und machen den Flieger ready für den heutigen Flug. Ich habe jetzt schon mal einen Flug mit dem Flieger hier vor der Aufnahme gemacht, um mich ein bisschen damit vertraut zu machen. Und dann werde ich euch heute mal ein bisschen genauer erklären, genau, wie ihr mit dem Flieger umzugehen habt, wie der Flieger zu bedienen, wie der Flieger zu fliegen ist. So, also hier ab mit unserem Cockpit, und wir legen als erstes mal los mit den Safety Checks. Ja, ich habe gar nicht so mega viel Zeit, sage ich mal, zum Einarbeiten in den Flieger gebraucht, weil, genau, vielleicht erinnere ich noch, im FSX sind wir ja auch schon mal mit dem CJ geflogen. Ich weiß gar nicht, ob wir die 700er-Variante da mal geflogen sind, oder nur die 900er-Variante, aber die ähneln sich ja, soweit ich weiß, beziehungsweise wovon ich ausgehe, sehr. Zumindest die Verfahren sollten dieselben sein. Also, gut vom Aussehen sind natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber von Verfahren her meine ich, sollten sich sehr ähneln. Und wir legen da jetzt erstmal los mit dem sogenannten Safety Check. Und da müssen wir als erstes mal nach den Sicherungen gucken, nach den Circuit Breakers. Die sind hier hinter dem First Officer Seat, die sehen aber alle gut aus, die sind alle drin, das passt schon mal. So, dann das No-Street Steering, dazu haben wir den Hebel hier vorne. Das ist auf Off, wunderbar. Dann gucken wir mal Richtung Overhead Panel. Die Hydraulic Pumps, das sind diese hier, 1, 3A, 3B und 2. Die sind alle auf Off, hier in der mittleren Stellung, wunderbar. So, der Landing Gear Leaver, hier in der Mitte, der ist auf Down. Dann die Flight Spoilers sind eingefahren auf Zero. Slads and Flaps sind retracted. Dann das Radar, das haben wir hier, ist auf Off. So, dann ADG Manual Release, das ist dieser Hebel hier. Der ist auf Stowed. Das ist sozusagen eine, ja, andere Bezeichnung wäre eine Ram Air Turbine, eine RAT, eine Rad. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen von euch was, das hat ein Airbus zum Beispiel. Und zwar ist es eine kleine Turbine, die in dem Fall bei dem Flieger hier vorne rauskommen kann. Und genau, ist dann so, dass, falls die Triebwerke im Flug ausfallen, kann man diese Turbine da ausfahren lassen und dann durch den Luftstrom bewegt sich halt der kleine Propeller da vorne dran und dann, genau, erzeugt diese Turbine Strom, sofern halt irgendwie die Triebwerke ausfallen sollten. Genau, dafür ist die. Die soll aber jetzt natürlich nicht ausgefahren sein, die ist auf Stowed, das passt. Nebendran, der Emergency Flap Switch ist auf Normal und dann machen wir direkt noch ein bisschen Strom an Bord an und bringen mal hier den Battery Master auf On. Wunderbar, so, da hört man schon das erste Blinken, die ersten Bildschirme gehen an, wunderbar. Ein bisschen Strom haben wir jetzt schon mal, wir wollen noch mal ein bisschen mehr Strom, dazu werden wir jetzt mal die Ground Power connecten. Dazu starten wir mal hier unser schönes Tablet, was ich auf jeden Fall echt richtig cool finde, diese Electronic Flight Bag, die Aerosoft hier eingebaut hat. Und gehen, genau, hier auf die Aircraft Page, wo wir jetzt auch schon sind und da könnt ihr hier, wie ihr seht, einiges einstellen, Türen aufmachen, Chocks setzen, den Flieger in verschiedene Status zu setzen und so weiter und so fort. Und wir werden jetzt hier mal die Ground Power connecten, indem wir hier auch einmal draufdrücken. Jetzt seht ihr, hier steht Connected. Und jetzt, genau, haben wir hier auch AC Avail. Steht hier Available. Können wir einmal draufdrücken. Und jetzt haben wir, genau, Strom über die Ground Power. Dadurch noch ein bisschen mehr Strom als über die Batterien. Und jetzt gehen auch die anderen Systeme alle an, wie ihr seht. Wunderbar. So, dann können wir kurz noch mal hier auf die Electrics Page gucken. Sieht gut aus. Wir haben jetzt hier Strom über die External Power. Wunderbar. So ist das schön. So soll das sein. Genau. So, gehen wir mal zurück auf die Status Page. So, als nächstes können wir mal die Navigation Lights anmachen. Die haben wir hier oben. Einmal hier. Wunderbar. Und die IRS-S schalten wir auf Nav. Die haben wir beide ganz hier unten links in der Konsole. Einmal das linke, IRS 1 und IRS 2 auf Nav. So. Dann würden wir als nächstes mal die Hydraulic 3A Pump anschalten. Hydraulic Pumps haben wir uns ja schon angeschaut. Die haben wir hier oben, hier in der Mitte, beziehungsweise nicht in der Mitte, sondern die zweite von links ist die 3A. Ist auch die einzige, die nur eine Off und On Position hat. Die anderen haben alle On, Off und Auto. Steht immer links neben dem jeweiligen Schalter, welche genau Stufen ihr da habt. Die 3A geht jetzt in dem Fall erstmal auf On. So. Genau. Dann können wir auch zum Beispiel hier mal nachgucken unter der Hydraulic Page. Genau, seht ihr hier. 3A ist active. Und dann sieht man auch hier, was die zum Beispiel unter anderem da ist. Zum Beispiel die Brakes und so. Genau. So. Dann haben wir die schon mal auf aktiv. Gehen wir wieder zurück auf die Status Page. Und kommen jetzt mal zur Eingabe vom Flugplan und den ganzen Flugdaten. So. Da werden wir als erstes uns mal um den Sprit kümmern. Das ist ganz cool hier bei dem Flieger gemacht. Und zwar müssen wir dazu mal hier hinten beim First Officer uns zu diesem Fuel Panel begeben. Und da kann man jetzt sozusagen pre-selecten. Das machen wir jetzt mal ein. So. Und da seht ihr hier erstmal, wie viel Sprit wir aktuell an Bord haben. Das sind 4,4 Tonnen ungefähr. Und dann können wir hiermit, genau, die Zahl increasen. Hier sieht man, welch viel Sprit in welchem Tank drin ist. Dann können wir das hier erhöhen. In dem Fall brauchen wir heute 5100 ungefähr. Genau, 541 passt ganz gut von der Spritmenge. Und dann muss man einfach nur noch auf On drücken. Und dann sind die Fuel Whales auf. Und dann wird der Flieger sozusagen betankt. Und so ist, glaube ich, vermute ich auch mal in echt. Das gibt es ja auch manchmal Fliegern außen, glaube ich, beim Airbus und so weiter. Wo dann außen der Pilot einstellt. Ich weiß nicht, ob die es auch in der Kabine drin haben. Im Cockpit einstellen kann, wie viel Sprit sie haben möchten. Dann sieht der Tanker das außen. Und tankt dann, kann er genau auf diese Spritmenge auftanken. Und jetzt tankt er sozusagen uns diese 5140 Kilogramm rein, die wir für den heutigen Flug brauchen. So. Nur ganz wichtig, müsst ihr später wieder ausschalten. Machen wir auch dann. Weil sonst, das heißt, wenn ihr fliegt, würde sonst die Spritmenge nicht weniger werden. Was natürlich dann wieder unrealistisch wäre. Also das dürft ihr nicht vergessen, später auszumachen. So. Und das haben wir damit erledigt. Und kommen jetzt mal kurz zur Performance-Eingabe in unserem IFB. So. Dazu, genau, müssen wir hier jetzt mal kurz alles eingeben. Wir haben heute keine Pax an Bord. Nehmen wir also komplett auf 0. Forward Cargo haben wir auch keine dabei. After Cargo auch nicht. Fuel nehmen wir, wie gesagt, ungefähr die 5100 mit. Machen wir mal so. Passt ja ungefähr. Schwimmt ja ungefähr über 1. Dann machen wir mal kurz Set Payload in Simulator. Damit ist jetzt auch hier der Flugs im FS 2020 der Flieger so gesetzt, wie jetzt hier die ganzen Werte sind. Ihr könnt jetzt hier Copy Performance Data into FMS machen. Dann würde in Bolt Computer auch alle diese Daten automatisch übertragen werden. Das machen wir aber nicht, sondern wir geben das Ganze gleich selber ein. Hier rechts seht ihr auch die V-Speeds. Kommen wir später noch dazu. Genau, könnt ihr hier hier dem Konfigurieren auch automatisch eintragen lassen. Wie gesagt, kommen wir später noch dazu, wenn wir soweit sind. Jetzt kommen wir erstmal zum Flugplan und gucken uns dazu mal das FMS genauer an. So, wie ihr seht, Flieger ist schon hier aligned. Wunderbar. Schön lokalisiert hier am Flughafen Hamburg. So, wir haben hier unser wunderschönes FMS. Und genau, gehen da jetzt einmal komplett durch. So, legen wir los über Position Init. Gehen da jetzt erstmal auf die Next Page. Nehmen die GNS One Position. Und setzen die auf Set Position. Wir können bei Airport ja auch nochmal EDDH eintragen für Hamburg. Genau, da seht ihr, dass es ungefähr passt. Also, es ist ungefähr dieselbe Position. Das ist jetzt der Aerodrome Reference Point. Diese Koordinaten hier, könnt ihr hier mal kurz sehen. Kann ich euch in der Chart mal kurz einblenden. Genau. Sieht man hier auf der Chart ganz gut, wenn wir so mal drehen. Der sitzt halt jetzt hier irgendwo mitten auf der Runway. Wir stehen hier auf Apron 6 in Hamburg. Wir werden heute später auf der Tritri übrigens rausgehen. Und wie gesagt, das ist jetzt hier der Aerodrome Reference Point, dessen Koordinaten ihr jetzt auch hier im FMS seht. So, genau so viel dazu. Wir gehen mal weiter jetzt auf die nächste Seite, auf F-Plan, Flightplan und geben mal unsere heutige Route ein. So, die habe ich mir hier mit SIM-Brief erstellt. Muss ich mir gerade nochmal hier raussuchen. Genau. So, es geht los in Hamburg. Echo Delta Delta Hotel. Und nach Kiew zum Flughafen Uniform Kilo Bravo Bravo Alternate. Für den heutigen Flug ist Uniform Mike Golf Golf. Das kommt hier bei Alternate rein. Origin Runway können wir schon mal eintragen. Das ist die Piste 3-3. Genau. Und Flightnummer können wir auch reintragen. Wir fliegen heute als Lufthansa 9851. Genau. So, das Ganze ist, genau, soweit schon mal eingetragen. Also drücken wir jetzt hier mal auf Execute. So, das Nächste ist, dass wir die Departure auswählen. Und dazu gehen wir hier auf Departure Arrival. Die Piste hat er jetzt schon ausgewählt. Die 3-3 haben wir ja vorhin eingegeben. Können wir nochmal anklicken, dann verschwinden die anderen auch. Und um es nochmal eindeutiger zu machen, dass wir die 3-3 nehmen. Und genau, der erste Wegpunkt ist Lugeck. Liegt irgendwie über Lübeck. Lugeck hört sich auch etwas ähnlich an. Also nicht ganz genau wie Lübeck, aber ja, Ähnlichkeiten kann man auf jeden Fall erkennen. Und da haben wir heute die Lugeck von Golf Departure Route. Wie die aussieht, gucken wir uns gleich zusammen nochmal der Chart an. Dazu aber später mehr. So, das Ganze bestätigen wir. Gehen wieder zurück auf F-Plan. So, jetzt haben wir schon mal via Lugeck to Lugeck. Und da fehlen jetzt aber noch einige Luftstraßen und Wegpunkte. Die geben wir jetzt mal gemeinsam ein. Es geht danach weiter über die Quebec 800 Luftstraße. Bis zum Wegpunkt Astin. Alpha, Sierra, Delta, India, November. Also ganz normal hier links für die Luftstraße eintragen. Daneben klicken, dann rechts hier in das freie Feld. Den Wegpunkt eingeben, bis zu dem ihr auf der Luftstraße bleibt. Dann nächste Luftstraße, in dem Fall Papa 12 unter die Q800. Und da fliegen wir bis zum Romeo Oscar Eco, das kommt hier rechts rein. Genau. Und dann weiter über die Lima 983. 9, 8, 3. So, und die fliegen wir dann bis nach Ranok. Romeo, Alpha, November, Oscar, Kilo. So, wir geben das heute mal alles hier gemeinsam ein. Aber ist jetzt auch nicht so mega viel einzugeben. So, dann die Bravo 120. 1, 2, 0. Die fliegen wir bis zum Kilo Romeo Delta, wie war. Kilo Romeo Delta. So, genau. Dann über die Alpha 926. Alpha 926. Geht's bis nach Lakot. So, Lakot. Und dann geht's direkt Tumki. Tumki. So. Da müsst ihr jetzt einfach nur hier rechts hinklicken. Dann macht er automatisch direkt nach Tumki. Und dann fliegen wir über die November 616. November 616. Bis nach Golf Romeo Delta. Und dann sind wir jetzt auch schon gleich in Kiew angekommen. Golf Romeo Delta. Und jetzt noch zwei Luftstraßen. Und zwar die Lima 3-2. Bis nach Babun. So, Babun. Und dann noch die Lima 3-3. Bis nach Narnier. Wo es dann auf die Arrival-Route geht. Narnier. So. Danach drücken wir einfach wieder Exekute, wenn alle Luftstraßenwegpunkte eingeben sind. Und kommen zum Arrival. Den wählen wir jetzt auch schon mal aus. So. Dazu müssen wir hier wieder, wenn wir auf die Parts Arrival drücken, auf die Parts Arrival-Index gehen, um auf die Hauptseite zu kommen. Und dann hier UKBB für Kiew, Boris Piel oder wie man den Flughafen ausspricht, genau, auszuwählen. Wir machen ILS-Anflug auf die 1-8-Left heute. Und der letzte Wegpunkt, wenn ihr es vielleicht schon drinnen habt, ist Narnier. Und wir nehmen heute da dementsprechend die Narnier for Uniform Arrival. Wählen die also einmal aus mit Vectors, genau. Und dann drücken wir einmal Execute und das alles ist im Flugplan. So, als nächstes gehen wir auf die LEGS-Page. Genau, die kennt ihr ja zum Beispiel auch so aus den Boeing-Bord-Computern. Und wenn wir da jetzt kurz mal durchgehen, gucken wir, dass keine Unterbrechungen im Flugplan drin sind. Und da haben wir zum Beispiel einen hier zwischen Narnier und Narnier. Da wählen wir einmal kurz Narnier aus. Und da jetzt hier derselbe Wegpunkt nochmal drinsteht, klicken wir jetzt neben Narnier. Wenn das jetzt nicht derselbe Wegpunkt wäre, müsst ihr einfach hier neben diese freien Felder drücken, um die Discontinuity, diese Unterbrechung im Flugplan rauszukriegen. Und dann, genau, ist das Ganze draußen. Wieder Execute und Bestätigen. So, kommen wir zu den Performance-Eingaben. Gehen auf die Performance-Page und dann auf Performance-Init. So, Cruising ist heute für uns Flight Level 310. Das könnt ihr aber nicht so eingeben, das habe ich eben bei meinem Test-Look schon mal falsch gemacht. So, ihr müsst FL 310 eingeben für Flight Level. Dann Passengers haben wir heute 0 an Bord. Cargo nehmen wir auch nichts mit. Genau, Alternate Cruising Altitude wäre bei uns heute 10.000 Fuß. Tragen wir einfach mal ein, wir fliegen aber trotzdem ganz normal. Flight Level 310. So, und Fuel hat er jetzt ja schon reingetankt, 5140. Machen wir es mal aus, bevor wir es vergessen. Genau, einfach hier auf Off und kann das ganze Ding hier ausschalten. So, haben wir die 5140 an Bord. Wunderbar. Und das Ganze tragen wir jetzt nochmal bei Fuel ein. 5, 1, 4, 0. So, und dann kommen wir auf diese Gross Weight von 25,891 Tonnen. Und bestätigen das Ganze nochmal mit Execute. So, und jetzt können wir zum Beispiel hier mal auf Page 3 gehen. Und da seht ihr hier, dass wir eine estimated Flugzeit haben von 2 Stunden 18 Minuten. Genau, eine Flugstrecke von, ist das übrigens von ungefähr 800 nautischen Meilen, die wir heute fliegen. Taxifuel hat er mit ungefähr 100 Kilogramm berechnet und am Ziel haben wir jetzt noch 3.131 Kilogramm. Laut aktuellen Planungen an Bord müsste also auf jeden Fall locker ausreichen. So, ich habe mir auch zur Vorbereitung, vielleicht kennt ihr es auf YouTube, TheDude. Der hat zur Vorbereitung ganz coole Videos von dem Aerosoft CJ55700 hier gemacht. Und da einiges Cooles erklärt. Zum Beispiel in echt können dann Piloten das hier zum Beispiel nutzen, bei Estimated Time of Departure. Wir haben jetzt 0743, machen wir die Master Warning Course und klicken wir mal weg. Rein theoretisch, wir wissen jetzt, wir kommen um 8 los. Weil das ist, wenn wir jetzt loskommen, haben wir diese ETA. ETA, also kommen wir dann an. Können wir jetzt aber, wenn wir hier mal bei ETD 0800 eingeben, dann berechnet der uns automatisch, wenn wir jetzt um 0800 loskommen würden, welche ETA hätte, dann kann der Pilot, wenn er zum Beispiel den Passagieren irgendwas sagen will, ja, der Flieger haben etwas Verspätung, kommen etwas später los, dann kann er hier direkt ablesen, zu welcher Zeit er die Ankunft erwartet. So, lassen wir es einfach mal so mit Execute, passt das. So, wir gehen nochmal auf die VNAV-Page jetzt. Und passen nochmal Transition Altitude an, die ist in Deutschland 5000. Die tragen wir hier ein, seht ihr unseren VNAV Climb. Genau, Target Speed ist 92, unter 10.000 werden wir erstmal mit 250 steigen. Und das Ganze bestätigen wir mit Execute. Auf der nächsten Page ist dann VNAV Cruise. Machen wir entweder 300 Knoten, beziehungsweise Mach.74. Je nachdem, wie hoch wir halt dann jeweils sind. Und dann unseren Decent haben wir hier auch mit Mach.74 oder 2.90 und unter 10.000 Fuß. Mit 250 und 10.000 Fuß. Transition Flight Level, ja, lassen wir jetzt mal so drin. Das stimmt jetzt zwar nicht, aber das ist halt immer unterschiedlich, je nachdem, wie halt die Luftdruck vor Ort ist. Genau, aber 180 würde jetzt gar nicht passen. Wir können einfach mal, damit das von der Meldung später passt, einfach mal, das geht wahrscheinlich wieder nicht, müssen wir, wartet mal. Wir können einfach mal Flight Level 70 eingeben. Das könnte ein ganz passendes Transition Level zum Beispiel sein. So, und hier mit 3 Grad planen wir zu sinken. So viel dazu. Dann können wir nochmal kurz im Performance Menü, lasst mich kurz gucken, Performance, genau, eine Flex Temperature eingeben. 46 ist da immer ein ganz guter Wert. Und hier über das MFD Menü könnt ihr euch das MFD noch jeweils einstellen. Wir lassen es jetzt erstmal so, wie es ist. Können uns nur hier unten über Window, das mache ich nochmal, VNAV anschalten. Dann haben wir noch dieses Zusatzfenster hier, was uns ein bisschen die nächsten Wegpunkte anzeigt. Höhen, Restrictions und so weiter. Ganz nützlich eventuell nochmal. So, eine Sache können wir noch machen. Wir können noch auf der Radio-Page, auch wenn hier oben nicht Seite 2 steht, gibt es eine Second-Page. Über Next-Page unsere Flight-ID eintragen. Das ist unser Rufzeichen, unsere Flugnummer. Lufthansa, also Delta-Lima-Hotel, 9-8-5-1. Und dann, genau, würde dann die Lotsen, wenn sie dann, würden dann auch sehen, uns auf dem Radarschirm als Lufthansa 9-8. Können uns identifizieren als Lufthansa 9-8-5-1. So. Genau, wir können auch mal hier unseren Skork sozusagen eingeben. Sagen wir mal, wir haben Skork 1000 bekommen. Genau, steht das Ganze hier drin und hier unten auch in unserem Radio-Panel. So, wunderbar. Das war es zum FMS. Jetzt kommen wir nochmal kurz dazu, dass wir unsere Cruising-Altitude schon mal hier ins Glare-Shield eindrehen beim Autopiloten. Hier oben in Magenta habt ihr sie angegeben. Die aktuell eingedrehte hier über den Alt-Button drehen. Dann kommt ihr, genau, dreht ihr da. Mit der Zeit, wenn ihr da länger dran dreht, springt es auch irgendwann in höheren Werten. Genau, 3-1-0 ist unser Wert für den heutigen Flug. So, das haben wir schon mal gemacht. Und dann kommen wir noch zu den V-Speeds. Die kann man ja richtig cool hier über die Electronic Flightback sich berechnen lassen. Wir gehen raus mit dem Flaps-8-Setting bei einer trockenen Piste heute hier in Hamburg. Haben dann diese V-Speeds, die hat er automatisch hier berechnet. Genau, könntet ihr halt jeweils hier noch auswählen. Verschiedene Runway-Conditions, verschiedene Flaps. Und da seht ihr, würden sich die V-Speeds halt dementsprechend ändern. Wobei sich jetzt bei Wets, Snow und so der Runway anscheinend bei dem Flieger hier nicht groß was tut. Aber bei den Flaps hätten wir jetzt einen Knotenunterschied. Zum Beispiel bei dem V-1 und Rotation Speed. Und die ganzen tragen wir jetzt hier mal ein. So, das Ganze können wir mal hier, indem ihr hier drauf klickt, mal ein bisschen runter machen. Dann sehen wir das Ganze hier besser. Wie Speeds tragt ihr? Genau, also dieses PFD könnt ihr hier rüber. Und MFD könnt ihr hier unter anderem über dieses Feld hier bedienen. Und hier kann man die Speeds eintragen, die man hier links auch schon mal so angezeigt sieht. Wir haben jetzt hier die Reference Speed ausgewählt. Drücken einmal hier in die Mitte drauf. Dann sehen wir hier unten haben wir jetzt V-1. Und V-1 ist der 1, 2, 4. Das heißt, wir drehen jetzt hier mal so lang, bis wir da 1, 2, 4 stehen haben. So, 1, 2, 4. Genau, dann geht ihr auf Select. Dann kommt der nächste. VR ist auch Rotation Speed 1. So, daneben gekommen. Da ist immer die Zoom ran gesoomt. Das wollte ich aber nicht. So, im Ausrat mache ich nämlich das Ganze hier mit dem Umstellen von den Speeds. So, dann kommen wir auf V2. Da haben wir 1, 3, 6. 1, 3, 6. Genau. So, und dann würden wir wieder bei V1 beginnen. Wir haben jetzt hier aber noch V2 plus 10, also V2 plus 10 Knoten. Das Ganze drehen wir im Speedband beim Autopiloten ein, weil das erstmal die Speed ist, auf die wir aimen, die wir so erreichen wollen, nachdem wir abgehoben sind, bis wir da ein bisschen Wabe weiter beschleunigen, ist genau 146 Knoten. So, 146 und dann tragen wir noch die wie Target ein. Das ist die hier, VFTO, VT, 176 Knoten. Dazu müsst ihr den Hebel hier einmal nach links umstellen, auf TGT für Target Speed. Und dann seht ihr hier VT ausgewählt. Das ist 1, das hat man gesagt, 176. So, drehen wir das auch mal ein. 176. Und vielleicht passt das sogar ganz gut, dass wir mit dieser 8 Uhr UTC Zeit sogar wirklich dann hier auf Block gehen. Gucken wir mal. So, 176. Genau, die Speed sind alle set. Wunderbar. Dann haben wir das Ganze fertig und kommen jetzt zum Originating Check. Der ist ziemlich umfangreich, wobei ich denke mal, wir sollten da eigentlich recht schnell mit dem Ganzen durchkommen. Aber das werden wir beim heutigen Flug noch ins Detail, sag ich mal, besprechen. Das heißt, genau, es kann ein bisschen länger dauern, aber schon mal als Info für die zukünftigen Flüge mit dem CJ werden wir es so machen, wie ich es auch beim FSX bei den Flugzeugen gemacht habe, wo es ja auch diesen Check gab, wo nochmal eigentlich, im Prinzip ist es so ein Check, da geht man einmal durchs ganze Cockpit durch, alle Schalter abguckt, dass alles richtig eingestellt ist. Und da werden wir in Zukunft dann bei den nächsten Flügen nur noch die Schalter in Betracht ziehen, nur die Schalter uns angucken, wo wir wirklich was umstellen müssen, weil sonst dauert das zu lange. Aber ich möchte euch trotzdem heute bei unserem ersten Flug mit dem Flieger mal alles ganz genau zeigen. So, also legen wir los mit dem Originating Check. Da geht es los mit dem Internal und External Pre-Flight Checks, die haben wir sozusagen gemacht. Unser Kollege ist einmal um den Flieger gegangen, hat da alles geguckt, das sieht gut aus. So, unsere Paddles, Seeds und Harnasses sind alle adjusted. Das passt alles. Dann gucken wir uns mal das Crew Oxygen an. Ihr seht hier im ECAS, dass wir einen Oxygen-Vorratgrad von 1850 PSI haben. Das passt auf jeden Fall, Minimum brauchen wir 1400 PSI. Dann gucken wir mal hier bei unserer Oxygen-Mask, die haben wir hier links, dann drücken wir einmal hier. Dann sehen wir hier und hören auch, dass da Sauerstoff vorhanden ist, das passt. Drücken nochmal hier. Auch dasselbe, hört sich gut an, passt. Und genau, wie ihr seht, haben wir jetzt hier 10 PSI verloren, kein Problem. Ist auf jeden Fall noch genug. Falls ihr dann irgendwie mal zu wenig PSI haben solltet, könnt ihr hier über Maintenance Refill Crew Oxygen machen. Brauchen wir aber nicht, wir haben auf jeden Fall genug. So, dann können wir als nächstes mal auf die Seite vom FO gehen, First Officer. Hier beim Audio Warning Panel gucken, die beiden Schalter sind zu und leuchten nicht. Das passt. So, jetzt geht es dem Overhead Panel weiter. Da gibt es jetzt einmal ein komplettes Entlanggehen vom Overhead Panel. Wir legen los beim Electric Panel. Da sind alle Lichter aus, so wie sie aus sein sollen. AC natürlich an, weil wir haben darüber über die External Power Strom. Und die Generator Switches sind auf Auto, alle drei. So, dann machen wir als nächstes hier drunter den Fire Detection Firex Monitor Test. Den müssen wir auf jeden Fall machen, bevor wir auch die APU starten. Das heißt, den werden wir in Zukunft auf jeden Fall auch immer machen. Dazu drücken wir jetzt hier auf Test. So, und jetzt seht ihr hier im ECAS Fire System okay. Und dann ist das Ganze wieder weg. Damit ist der Test okay. Ein wichtiger Test, das man einfach macht, um sicherzugehen, dass, falls man ein APU Fire zum Beispiel bekommen würde, wenn man die APU startet, also ein Feuer bei der APU beim Starten bekommt, dass man dann auch eine Warnmeldung bekommt. So, dann, genau, gucken wir. Hydraulics sind hier guarded, die Switches zu und aus. Gucken wir bei den External Lights. Das sieht soweit gut aus. Da haben wir aktuell nur das Nav Light an. Das passt auch so. Wir gehen hier oben weiter zum Fuel Panel. Ups, hab ich den aus Versehen bewegt. So, und den hier, glaube ich, auch. Der war nämlich auf both Engines. So, da bin ich irgendwie mit dem Mausrad. Genau, müsst ihr aufpassen, dass wenn ihr hier drüber geht und das Mausrad bewegt, könnt ihr natürlich auch die ganzen Schalter bewegen. So, aber man hört es ja beim Klicken, da muss man halt nur gucken, wo man vielleicht was umgestellt haben kann. So, die sind wir jetzt zurückgestellt. Wir sind aber jetzt beim Fuel Panel, sonst hätten wir das eh gleich bemerkt, dass da was nicht passt. Fuel Panel, aktuell alles aus. Genau, das passt soweit. So, dann kommen wir zum Bleed Air Panel. So, da muss das Wing Anti-Ice Cross Bleed auf Normal stehen. Das haben wir. Bleed Valve ist auf Auto. Isolation Valve ist Closed. Und Bleed Source ist auf both Engines. So, jetzt überspringen wir mal das APU-Feld, weil die APU starten wir erst später. Die brauchen wir jetzt noch nicht. Start Panel sieht auch gut aus. Alles aus. So, wir kommen zum Hydraulic Panel. Genau, da gibt es jetzt ein bisschen umfangreicheren Test. Genau, wir suchen uns jetzt erstmal die Hydraulic System Page hier raus beim eCast. Da habt ihr hier die HYD-Taste für Hydraulic. Haben wir uns ja vorhin schon mal angeschaut. So, und wenn wir jetzt hier mal gucken, Hydraulics, werden wir mal Folgendes machen. Wir machen die 3A-Pump, die wir auf ON geschaltet haben, mal wieder auf OFF. Machen dann die anderen Pumps, also die 1, 3B und 2 auf ON. Und jetzt seht ihr, haben wir hier auch alle Systeme 3000 PSI. Sind alle mit Druck versorgt. Wunderbar. Ja, so passt das. Das ist mal ein kurzer Test dafür. Jetzt gehen alle von den drei Pumpen auf AUTO. Also 1 auf AUTO, 3B auf AUTO, 2 auf AUTO. Und die 3A geht wieder auf. Warte mal, jetzt gucken wir hier unten. Genau seht ihr hier, dass der Druck hier wieder abgefallen ist. Wir keinen Druck mehr haben. Das soll auch so sein. Das passt. Und wir machen die 3A-Pump wieder auf ON. Da haben wir also wieder Druck. Genau. So. Das ist das Ganze. Es geht weiter mit dem ELT-Switch. Wir gucken mal wieder anders Richtung Overhead Panel. Welches war meine Sicht? Genau hier Alt 6 habe ich eingespeichert dafür. So, ELT ist auf ARMED. Genau, das passt. Dann springen wir mal wieder hier oben hin weiter. Es geht immer so runter, dann hier hier runter. Jetzt kommen wir hier oben zur Cabin Pressure. Da gucken wir mal kurz auf der, welche Page ist das? Das müsste die ECS-Page sein. Da tragen wir jetzt hier bei Landing Elevation unsere aktuelle Höhe ein. Ihr seht, die Cabin Elevation ist gerade 49 Fuß. Das ist auch die Höhe, die wir hier in Hamburg ungefähr haben. Und das tragen wir jetzt bei Landing Elevation ein. Drehen wir also mal kurz. Dann müssen wir mal runter gucken. Das ist jetzt ein bisschen mehr, 60 Fuß. Wir machen nochmal einen Schritt runter. Genau, 40 Fuß passt ungefähr. Es ist halt jetzt genau zwischen, 49 ist ungefähr genauer zwischen 40 und 60, aber nehmen wir es halt erstmal 40. So. Genau, dann gucken wir halt wieder da oben noch, dass alle Lichter aus sind hier bei Cabin Pressure. Das passt. Und Man Rate müsste auf Maximum Decrease sein. Ist hier auch also ganz nach links. So, wir kommen weiter zum Air Conditioning Panel. So, genau. Wir drücken mal die beiden Packs auf On. Aktuell gehen die noch nicht, wird aber dann später funktionieren. Wir drücken sie auf jeden Fall schon mal auf On. Der Recirculation Fan geht auf On. Und sonst sind alle anderen Lichter aus. Das ist gut so. Genau, hier können wir die Kabinentemperatur einschalten. Sehen wir hier auf der Seite auch. Die Kabine ist selected auf 23. Aktuell haben wir 5 Grad, weil es so kalt draußen ist. Das werden wir gleich jetzt mal ändern, indem wir gleich die APU anschmeißen. Und dann wird das auch wärmer hier im Flieger. Und im Cockpit haben wir pre-selected 21 Grad. Da wollen wir uns aber auch ein bisschen wärmer haben. Drehen wir mal hier in den Schalter ein bisschen. Und dann haben wir ja Klimaanlage sozusagen gesagt, die soll hier im Cockpit bitte mal auf 23 Grad heizen. So, ich frage mich manchmal, was ich hier für Schalter umlege. Ich hoffe, dass es nichts Falsches ist, was ich hier umlege. Weil wenn ich jetzt hier die Sicht bewege und scrolle, anscheinend ist manchmal die Maus auf irgendwelchen Schaltern drauf und dann hört jetzt immer dieses Klacken. Also ich hoffe, da passt immer alles. Dass ich ja nichts Falsches umlege. So, manchmal sieht man es halt auch einfach nicht, was da jetzt umgelegt sein könnte. So, Temperature ist eingestellt. Die After Cargo Air Conditioning bleibt off. Wir machen jetzt mal beim Anti-Eis weiter. Machen einen Ice Detection Test. Dazu gehen wir hier wieder auf die Status Page. Drücken hier auf Detect. Und dann seht ihr hier, genau, ADS Heat Test. Okay, wunderbar. Das ist das, was wir sehen wollen. Und das würde auch hier aufleuchten, wenn Ice irgendwie detected wäre, dann würde das auch so orange da aufleuchten. So. So, dann machen wir noch das Windshield Anti-Eis. Das haben wir hier auf Low. Zack. Left and Right Hand Windshield Anti-Eis. Genau. Dann der Emergency Light Switch geht auf Arm. Und auch wenn wir keine Packs an Bord haben, einfach machen wir es trotzdem heute mal No Smoking und Sieg bei Designs On. Ihr könntet normalerweise, das kann ich euch kurz zeigen, hier unter Options, das habe ich aktuell jetzt ausgestellt, könnt ihr Cabin Announcements, Flight Tennis Announcements und Flight Deck Neuses anmachen. Habe ich jetzt aber ausgestellt, weil wir eigentlich keine Flugbegleiter und keine Passagiere an Bord haben. Und da wäre das halt dementsprechend nicht, heute eh nicht der Fall wäre, bei so einem Ferryflug, haben wir es halt jetzt auch aus. Genau, weil da würden ja so Geräusche gar nicht auftreten. So, Standby-Kompass hier, sieht gut aus, passt mit dem Heading hier vom Flieger an MFD, passt. So, dann machen wir kurz einen Stall-Test. Der geht so, wir eröffnen diese Klappe von Stall Warning hier und dann, genau, drückt man da einmal drauf. Dann hört man den Motor vom Stick Shaker. Ihr seht, der Yoke geht nach vorne und genau, die rote Lampe leuchtet auf. Stall Warning-Test damit completed. No-Series-Steering-Switch ist auf Off. Genau, jetzt können wir noch hier kurz im Side-Panel den aktuellen Luftdruck einstellen. Ich drücke jetzt einfach mal auf B. Genau, 1023 haben wir jetzt da. Genau, könnt ihr sonst hier einstellen und mit der Reindrücken auf Standard einstellen. Dann ICAS und Standby-Instrumente sehen gut aus. Hier ist auch der aktuelle Luftdruck gesetzt. Das hier wird sich mit der Zeit, wenn wir das alles abarbeiten, noch dann erledigen. So, wir machen kurz einen Anti-Skid-Test. Damit geht das Anti-Skid, was wir hier haben, auf Off. Wir haben hier Anti-Skid Inbound-Outbound Warning. Das passt. Wieder zurück auf Armt. Geht weg. So, dann machen wir einen Main Landing Gear Bay Overheat Test. Das ist dieser hier. Aber kurz drücken. Hier hat die Warnung und diese Meldung da oben kommt. Main Landing Gear Bay Overheat. Damit ist das Upper Pedestal nicht so gut wie abgeschlossen. Man könnte jetzt hier noch einen Lamp-Test machen. Gucken, dass alle leuchten auf. Leuchten zu einem Christbaum einmal anschalten. Hier Lamp-Test 2. Dann seht ihr hier, gehen hier zum Beispiel Autopiloten dann die rechts daneben, die grünen Lampen an. Wenn wir sie dann anschalten, diesen Autopiloten-Button jeweils, dann würden aber normalerweise dann rechts und links die Leuchten dafür angehen. So, machen wir wieder auf die neutrale Stellung, damit das Ganze aus ist. So, gucken wir uns kurz den Thrust-Liever-Quadranten hier an. Das sieht da wie folgt aus. Die roten Griffe, die müssen drin sein. Das ist der Fall. Spoiler ist hier auf Auto gesetzt. Wir armen die Thrust-Reversers. Linke und rechte Triebwerk jeweils den Thrust-Reverser. Und man kann noch hier Metric-Ultitude auf On schalten. Wenn man möchte, hat man hier noch in Metern die Höhe angezeigt. Vielleicht für uns heute ganz interessant, weil das werde ich später im Anflug auf Kiew dann sehen. Wenn wir uns die Chart mal angucken, da sind die Höhen ganz komisch angegeben mit 2.960 Fuß oder sowas. Weil ich glaube sogar, sicher bin ich mir nicht, dass die da sogar in der Ukraine auch mit metrischen Höhen arbeiten und gar nicht mit Fuß. Und da ist dann, wenn man da in Echt fliegt, sowas ganz nützlich, um dann das hier passend zu sehen. Aber da ist in der Chart auch nochmal ganz nützliche Hilfe angezeigt. Genau, aber das ist dafür ganz nützlich. Weil man ja, soweit ich weiß, das jetzt hier nicht umstellen könnte, dass der Autopilot in Metern arbeitet, sondern halt immer in Fuß. Und dann muss man halt die nächst passende Fußhöhe dann einstellen. So, 8 UTC schaffen wir nicht ganz, aber nichtsdestotrotz macht ja nichts. Wir haben ja jetzt sozusagen keine Passagiere, die wir jetzt hier pünktlich losbringen müssen. Der Flieger müsste aber natürlich, wiederum gesehen, natürlich pünktlich in der Kiew sein. Aber ja, genau, das sollten wir hinkriegen. So, wir machen noch die letzten Tests. Der Quadrant ist angeguckt. Haben wir uns angeguckt hier, die Thrustly, weil jetzt sind wir auch schon fast durch. Jetzt kommen wir noch zu der Page hier unten, zu der ganzen Sache. So, Aviation, was sage ich, Aviation, Aviation, Aviation Radio Tuning Panel. Hier ist soweit gesetzt. Wir könnten hier noch einen TCAS-Test machen. Drücken wir mal auf Test. Genau, seht ihr hier, blinkt alles auf, macht den TCAS-Test. Und jetzt müsste gleich... TCAS-System Test OK. Genau, da kommt diese Meldung mit TCAS-System Test OK. Und wenn ihr hier Traffic übrigens pusht, dann ist jetzt zum Beispiel, will euch kein Traffic angezeigt werden. Ihr seht, dass hier nur das Traffic aktiv ist an diesen kleinen Zacken, die da so weggehen. So, das ist gemacht. Wir gucken uns kurz die Trimmung an. Die sind hier überall grün, das heißt im grünen Bereich. Und wir können hier in unserem IFB unter Performance gucken. Wir haben einen Takeoff-Trim von 7.2. Den können wir kurz mal einstellen. Heißt ein bisschen Nose-Up-Trim 7.2. So. Genau, das ist halt wie gesagt schön hier auf der Performance-Page euch gezeigt. Genau, dann können wir noch mal hier die Stabilizer 1 und 2 engagen. Da kommt jetzt hier so ein Spoiler-Stabilizer in Test. Den drücken wir noch mal drauf. wobei, den müssen wir nicht noch mal drauf drücken. Dauert es im Moment, und dann ist das Ganze aktiv. Wir können den Macht-Trim noch aktivieren. Hier können wir noch das Ersatz-Navigationssystem und Kompf-System hier auf Standby setzen. Wir schalten uns mal auf Navigation. Weather-Radar bleibt hier auf Off. Genau. Und dann können wir hier noch den Yaw-Tamper 1 und 2 anschalten. Dann, vielleicht habt ihr es vorhin gesehen, kam hier, war hier eine Yaw-Tamper-Warnung, die ist jetzt weg. Und hier seht ihr auch, dieser Standby Stabilizer-Trim-Test und so ist jetzt auch weg. Und hier rechts nebendran seht ihr übrigens auch noch mal unsere Flight-Number. So. So viel dazu. Und damit sind wir mit dem Originating-Check durch. Ihr seht, sehr umfangreich. Werden wir in Zukunft, wie gesagt, nur noch die Sache machen, wo wir wirklich was umstellen müssen. War, wie ihr seht, ja nämlich nicht so viel. Das meiste guckt man sich nur an, ob es stimmt. Und es ist auch im besten Fall richtig eingestellt. Ja Leute, das war es an der Stelle schon wieder von diesem Teil von unserem Flug hier im Microsoft Flight Simulator 2020. Im nächsten Teil werden wir dann mit dem CJ-700 Hamburg verlassen und uns auf den Weg nach Kiew machen. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Falls ihr euch ein CJ auch zulegen wollt, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und dann hören wir uns bei den nächsten Teilen von dem Flug wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein, euer LineGamer1. Ciao.